Sieben große Liebherr-Mobilkrane vom Typ LTM 1650-8.1 erledigen einen bemerkenswerten Einsatz in Süddeutschland. Zeitgleich vier große Masten einer bestehenden Starkstromleitung anheben, um den Abstand zwischen den Leitungen und dem Boden zu vergrößern. Im gleichen Zug soll die Kapazität der Stromtrasse ausgebaut werden. Hierzu müssen die Gittertürme mit Zwischenstücken versehen oder im unteren Bereich komplett neu aufgebaut werden. Das Zeitfenster für die dazu notwendige Stromabschaltung ist sehr kurz. Daher starten an allen vier Stellen die Arbeiten zur gleichen Zeit. Auf drei Baustellen werden die 700 Tonnen Krane paarweise eingesetzt, um die nötige Hubkraft aufzubringen. Denn die bis zu 95 Tonnen schweren Strommasten und die daran hängenden Hochspannungsleitungen müssen auf bis zu 104 Meter Hakenhöhe gezogen und dort sicher gehalten werden. Eine logistische Herausforderung für die AKM Autokranvermietung. Von der Planung her war es natürlich auch schon ein Stück weit eine Herausforderung, die optimale Stellplätze herauszufinden bzw. die festzulegen, dass es am Ende von Störkanten bzw. mit der Erhöhung, dass die Leitungen dann nicht irgendwo kollidieren mit Ausleger bzw. Rippspitze, war das natürlich dann schon irgendwo ein Stück, wo man sich das natürlich genau aufzeichnen musste, genau berechnen musste, dass es dann am Ende erpasst und funktioniert. Auf allen vier Baustellen werden große, vormontierte und bis zu 30 Tonnen schwere Mastteile von kleineren Kranen unter den hängenden Masten eingebaut. Alles Liebherrgeräte mit Traglasten von 90 bis 250 Tonnen. Insgesamt sind somit 18 Liebherrkrane im Einsatz. Teilweise sind 25 Quadratmeter Lastverteilerplatten für eine einzige Kranstütze erforderlich. Daher braucht es etwa 20.000 Aluminium- und Stahlplatten, um die vier Einsatzorte auf den Ackerflächen für die Krane erreichbar und nutzbar zu machen. Wir haben halt hier extremes Gelände, wie man hier auch sieht, Feld, mit Berge, mit Steigungen und so weiter. Natürlich jetzt nur durch den ganzen Regen und die Jahreszeit natürlich auch viel Schlamm und alles rutschig. Musik Musik Während an zwei Baustellen die Masten schon abgesenkt und mit dem neuen Unterbau verschraubt werden, müssen an den beiden anderen Baustellen Mast und Leitungen über Nacht in der Höhe gehalten werden. Denn aus Sicherheitsgründen führen die Industriekletterer ihre Montagearbeiten nur bei Tageslicht durch. Am nächsten Morgen wartet dann eine ganz andere Herausforderung auf das Team. Dichter Bodennebel erschwert die Sicht. Musik Musik Für die routinierten Montage- und Kranmannschaften aber kein Problem. Alles läuft nach Zeitplan. Musik Wir haben jetzt natürlich hier nur Lieferkräne zum Einsatz gebracht, weil wir halt hier den direkten Service auch in der Nähe haben. Musik Und können hier natürlich auch schnell reagieren und agieren, falls hier irgendwo doch ein Problem auftreten sollte. Musik Musik Deswegen war das auch gewünscht, dass hier dann nur Geräte zum Einsatz kommen, wo auch garantiert ist, dass innerhalb von kürzester Zeit und Service hier vor Ort stattfinden kann, dass das hier halt nicht zum Stillstand kommt, beziehungsweise zum Abbruch. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017